Servus, Glück auf und herzlich Willkommen zum Einleitungsvideo zur Klassenvorstellung für das Spiel Herr der Ringe Online. Ja Leute, ich möchte euch hier mal ein paar grundlegende Dinge sagen, damit ich die nicht in jedem Video wiederholen muss oder beziehungsweise versuche ich sie zu wiederholen, werde es aber sehr wahrscheinlich vergessen und von daher mache ich hier einmal so ein Einleitungsvideo. Also was plane ich? Ich plane euch die Klassen einmal vorzustellen, alle zwölf, die es aktuell gibt im Spiel Herr der Ringe Online. Wir gucken uns die Bäume einmal an, was Sinn macht zu spielen, wenn die Klasse irgendwelche Schwächen hat, irgendwo besonders stark ist, werde ich das aus meiner persönlichen Sicht darlegen. Nochmal, das ist meine persönliche Meinung, es wird mit Sicherheit Leute da draußen geben, die das komplett anders sehen vielleicht oder die eine bestimmte Aussage anders sehen, zum Beispiel, dass ich sage, der High Rooney ist auf dem Einzelziel stärker wie der Bade und so weiter. Das mag jeder ein bisschen anders sehen, das ist auch völlig fein so. Auch wenn ich sage, für mich ist der, nur als Beispiel, ist der Feuer Rooney auf dem Einzelziel auf jeden Fall vorm Kundigen. Das ist aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich habe da nichts gemessen mit dem DPS-Meter oder sonst so ein Scheiß. Zieht euch daran nicht hoch, darum soll es nicht gehen, es soll jetzt nicht darum gehen, aber das ist der geilste DPS oder das ist der geilste Damage Stealer, der geilste Heiler oder sonst so ein Scheiß. Das interessiert mich nicht. Darum soll es nicht gehen in diesen Videos. Ich möchte euch in diesen Videos einfach mal die Klassen vorstellen, wofür sie da sind, was man mit diesen Klassen machen kann. Aufs Gruppenspiel, aufs Singleplayer Spiel bezogen. Das ist alles. Ihr seht dann anhand der Skills, die man hat, wie viele es sind, wie wenige es sind, ob die Klasse schwer ist, ob die Klasse leicht ist. Dass ihr da einen kleinen Eindruck bekommt, ohne jetzt sagen zu müssen, boah geil, ich will die Klasse jetzt mal antesten und ich ziehe die Klasse mal auf Level 50 hoch, um dann mal zu sehen, welche Skills ich alle habe. Das müsst ihr da nicht machen. Das seht ihr hier in den Videos und das ist der Sinn hinter diesen Videos. Diese Videos sind auch keine, wie habe ich die Klasse zu spielen oder wie ist die Rota. Nein, ich gebe natürlich bei der einen oder anderen Klasse ein paar Tipps, wie ich es mache. Aber das müsst ihr natürlich nicht so machen. Ganz einfache Kiste. Ich zeige natürlich auch die Bäume. Logisch, die könnt ihr euch abkupfern, nicht abkupfern. Das ist mir völlig wurscht. Auch da gibt es gerade ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil man nur 35 Punkte hat auf Stufe 50. Aber ich denke auch, wenn die Stufen angehoben werden, selbst wenn man jetzt überlegt, ja möchte ich einen Kundi jetzt auf einen anderen Server spielen, der bis 150 geht, macht das Sinn. Glaube ich ist es ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn ihr euch das Video anguckt. Dann wisst ihr, was der Kundi kann und was nicht und in welche Richtung das gehen wird. Okay, eine Sache habe ich, die ich schon mal vorab erwähnen möchte für alle Klassen. Das sind die Tugenden. Ich werde natürlich nicht müde, das zu wiederholen, auch bei den anderen Klassen Videos. Aber ich möchte das hier in dem Vorwort noch mal ganz kurz sagen. Für mich sind Tugenden dafür da, den Charakter für das Gruppenspiel zu optimieren. Für nichts anderes. Das ist meine Intention und da sind folgende Tugenden aus meiner Sicht Pflicht. Ich habe schon so oft wiederholt, aber ich mache es gerne nochmal. Wartet kurz, ich mache euch auch den Tooltip hier noch hin. Zack. Also ganz klar Treue, einfach wegen der taktischen Schadensreduzierung. Ganz klar Toleranz, einfach wegen der taktischen Schadensreduzierung. Ganz klar Ehre, wegen der maximalen Moral und der taktischen Schadensreduzierung. Diese drei sind für jede Klasse aus meiner Sicht Pflicht. Egal welche Klasse ihr spielt. Ob ihr einen Tank spielt, ob ihr einen Damage-Stealer spielt, ob ihr einen Heiler spielt. Ich persönlich nehme in meinen Rates, meine jetzt bei Spalten ist nicht ganz so wichtig, aber später wenn es, wenn es, oder T2, T3 Instanzen, würde ich nie einen Spieler mitnehmen, der nicht taktische Schadensreduzierung am Cap hat. Weil ein toter Damage-Stealer macht kein Damage. Ja, natürlich kenne ich die Leute, oh ja, ich muss hier Cap, da Cap, hier Cap, da Cap, Damage haben, Finesse, kritischer Treffer. Ja, und dann laufen die da mit 20% taktischer Schadensreduzierung rum. Also du spielst eine T2-Ini, das kommt einmal irgendwie in Feuerfeld und der ist instant tot. So, was willst du mit dem? Ja. Also, ich kann es nur wiederholen. Taktische Schadensreduzierung ist das Thema, was ihr auf Cap haben müsst. Und das erreicht ihr schon ganz gut mit diesen drei Perks auf jeden Fall. Sollte das nicht reichen bei der einen oder anderen Klasse oder einer oder anderen Ausrüstung, die ihr tragt, könnt ihr da natürlich noch weitere mit reinnehmen. Ich persönlich nehme auf allen Klassen, die ich aktuell spiele, auf Stufe 50 immer noch Standhaftigkeit mit rein, weil mir das einfach nochmal 221 Moral gibt. Ja, und auf Stufe 50 ist jetzt noch nicht so, dass man so die Riesenmoral hat. Von daher kommt bei mir Standhaftigkeit noch rein. Wird später mit Sicherheit rausfliegen gegen eine andere. Solltet ihr Probleme noch haben mit taktischer Schadensreduzierung, könnt ihr zum Beispiel... Ja, Unschuld würde ich nicht empfehlen. Lass mich kurz gucken. Es gibt noch eine, die taktische Schadensreduzierung auch auf Stufe 2 hat. Also zur Erklärung hier, Mitgefühl. Zur Erklärung, dass es immer gestaffelt. Der erste Wert ist der stärkste Wert, der zweite der zweitstärkste und so weiter. Mitgefühl für taktische Schadensreduzierung könnt ihr nur noch nehmen. Physische Schadensreduzierung bringt euch leider nichts. Der Rüstungswert auch nicht. Ja, ein bisschen bringt euch der Rüstungswert. Ein bisschen vom Rüstungswert, aber nur 20% gehen auch noch mit in taktische Schadensreduzierung. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch sagen, je nachdem welche Klasse ihr spielt, könnt ihr natürlich sagen, ihr verzichtet auf Standhaftigkeit zum Beispiel und nehmt den Hauptstat mit rein. Wenn ihr zum Beispiel eine Machtklasse habt und ihr nehmt hier Tapferkeit mit rein oder ihr seid eine Wille-Klasse und nehmt Weisheit mit rein auf voller Stufe, bekommt ihr da Wille und jeder Willepunkt ist gleichzeitig auch ein taktischer Schadensreduzierungspunkt. Auch das geht. Auch dadurch könnt ihr diesen Wert pushen. Also ist es auch kein Problem zu sagen, ich nehme hier den Offensiven für meine Klasse mit rein und nehme dann noch Verstand mit rein, den ich eigentlich auch bei jedem meiner Klassen aktuell auf Stufe 50 drin habe, weil auch Finesse sehr wichtig ist. Wenn ihr keine Finesse habt, wenn ihr nicht gerade ein Heiler seid, dann ist Finesse nicht so wichtig. Aber wenn ihr keine Finesse habt und eure Schläge nicht treffen, bringt euch das alles auch nichts. Ja. Von daher meine aktuelle Empfehlung, Treue, Toleranz, Ehre. Dazu habe ich immer Standhaftigkeit mit drin und eigentlich immer Verstand. Jetzt hier bei dem Kundi habe ich gerade Gerechtigkeit mit drin, den ich auch immer noch mit hochleveln würde, bei jeder Klasse auch im Hinblick auf später. Auch der gibt nochmal ein bisschen taktische Schadensreduzierung, hat aber maximale Moral auch nochmal und Moralregeneration im Kampf. Ich habe den drin, weil ich mit dem Kundi ein bisschen was ausprobiere, so Solo-Spalte-mäßig. Von daher ist das gerade wichtiger, als wenn ich Verstand hochlevel und da die Finesse habe. Deswegen ist gerade Gerechtigkeit mit drin. Ja. Ansonsten immer die ersten vier plus Verstand, dann macht ihr bei keiner Klasse etwas verkehrt. Ja. Klar, ihr könnt das dann später je nachdem weiter optimieren. Wenn ihr dann Ausrüstung habt, die vielleicht viel taktische Schadensreduzierung drauf hat, könnt ihr auch lieber einen Offensiven mit reinnehmen anstatt diese Defensiven. Aber wenn ihr diese Tugenden habt, seid ihr viel, viel unabhängiger von Gier. Ja. Ihr müsst dann nicht gucken, oh ja, ich brauche jetzt unbedingt ein Rüstungsteil oder ein Schmuckteil, was 100-taktische Schadensreduzierung drauf hat. Ja. Ansonsten komme ich nicht ans Cap. Nee, das könnt ihr dann vernachlässigen. Ja. Weil ihr das durch die Tugenden erreicht. Aber auch da muss das jeder für sich wissen. Ja. Ich kann nur sagen, wie ich das sehe. Und ich sehe das so, wie ich es gerade gesagt habe, Leute. Gut. Ja. Wie gesagt, ich werde euch alle zwölf Klassen vorstellen. Die eine oder andere Klasse habe ich natürlich viel, viel mehr gespielt, wie die eine oder andere andere Klasse. Ja. Zum Beispiel Schurken habe ich bisher noch gar nicht gespielt, aber ich habe ihn mal auf Level 50 hochgezogen, um es euch dann zu zeigen. Ich werde natürlich vorher noch ein paar Erkundungen mit ihm spielen, um da ein bisschen was sagen zu können. So ein Kunding, Roni, ein Hüter, ein Schläger. Und so weiter habe ich eh denn nicht viele Stunden gespielt. Da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Und am Ende werden wir das Ganze dann auch mal ein bisschen vergleichen. Also erst mal kommt zu jeder Klasse ein Video, wo ich euch die Klasse vorstelle. Und dann werde ich nochmal ein Video machen. So, das sind die vier, fünf, sechs Tankklassen. Welcher Tank hat welche Vor- und Nachteile? Dasselbe beim Damage und dasselbe beim Heiler. So stelle ich mir das aktuell vor. Und das wird die nächsten Wochen, Monate hier auf dem Kanal auf jeden Fall passieren. Und ja, damit wünsche ich euch viel Spaß in den kommenden Wochen und Monaten mit den Videos. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß in Herr der Ringe Online. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr auf dem Server-Modal spielt oder spielen wollt, wieder anfangen wollt, ihr habt Bock auf Gruppenspiel. Da könnt ihr euch gerne bei uns auf dem Discord melden. Wir nehmen Leute noch auf, die Bock am Gruppenspiel haben, die auch gerne ein-, zweimal die Woche ein paar Instanzen spielen oder am Rage spielen. In diesem Sinne, Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.